Ich lebe zwischen Licht und Schatten. Zwischen dem Kampf gegen das Verbrechen. Mit dir auf die Jagd zu gehen macht Spaß. Und gegen mich selbst. Früher oder später wird der Vampir in dir sein Recht fordern. Verstehst du? Besser als jeder andere kenne ich das Verlangen. Ich hab gesehen, wie ihr zwei euch angesehen habt. Das einen niemals loslässt. Deshalb stellt sich für mich nur eine Frage. Wofür lebst du, wenn du unsterblich bist? Moonlight gleich pro 7.